bei so einem wetter braucht man eine abkühlung so ein eis kann da abhilfe schaffen wirklich das tut so gut meine güte ist das erfrischend das ist eigentlich auch mal etwas was man bei diesem wetter machen sollte bei so brennender hitze wirklich das kann ich jedem nur empfehlen ich weiß gar nicht wie gut das tut oh mein gott das tut so mäßig gut genau das was ich gebraucht habe man kann es essen bei der hitze und sich auch abkühlen